Stell dich mal kurz vor. Hallo, ich bin Joel Kutschke, bin 13 Jahre alt, spiele in der U14, gearbeitet in die U15 von Union Berlin und meine Hauptposition ist Torwart. Seit wann spielst du in deinem aktuellen Team? Drei Jahre in der Union, jetzt meine vierte Saison. Spielst du nur auf der Position oder kannst du auch andere Positionen spielen? Ich kann eigentlich überall spielen, außer Zentrum, denke ich. Hast du schon mal für ein anderes, höherklassiges Team gespielt? Nee, also ich weiß nicht, ob Landesliga jetzt wirklich höher ist, als er war, sonst Landesliga. Wer ist dein persönliches Fußballidol? Haaland, Hazard, Ronaldo. Welcher Verein ist dein Lieblingsverein, ausgenommen von deinen eigenen? Dortmund oder Premier League Clubs, also ich will spiel da auch in der Premier League oder in der Bundesliga spielen. Hast du Rituale vor oder nach dem Spiel? Nein, eigentlich nicht wirklich. Ist Sport in deiner Familie angeboren? Ähm, ja. Mein Großbrituale spielt bei Ingolstadt, Stefan Kutschke, Kapitän und Stürmer. Ja, sonst viele aus meiner Familie spielen Handball oder Fußball. Bekommst du viel Unterstützung von deiner Familie? Wenn ja, wer unterstützt dich am meisten? Ja, ich bekomme viel Unterstützung und jeder unterstützt mich. Was machst du, falls deine Profikarriere nicht klappt? Ich denke mal, da habe ich noch gar nichts richtig drüber nachgedacht. Bin ja jetzt auch erst 13, also, ja, weiß ich noch nicht. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Ausgenommen, Sport, Musik und Kunst. Ja, WPU, das ist halt frühes Fußball. Das ist halt eigentlich das Beste. Schon mal richtig Blödsinn gemacht? Wenn ja, was denn? Ja, bestimmt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was sind deine Hobbys, außer Fußball? Ja, ich spiele gerne Playstation, sonst traue ich mich eigentlich gerne mit Freunden. Was machst du, um zu entspannen? Ja, ein bisschen zocken mit Freunden, abhängen und mit Familie einfach mal einen Coachtag. Ist das dein erstes Interview? Ja, auf YouTube ja, sonst glaube ich eigentlich nicht. Was zockst du? FIFA und Fortnite. Bist du besonders gut in deinem Game? Wenn ja, in welchen? Ja, also, ich glaube schon, in FIFA bin ich schon relativ gut, in Fortnite eher nicht. Ist E-Sport für dich ein Sport? Nein, es ist kein Sport für mich, weil es ist eigentlich keine... Naja, manche sehen es als anstrengend, ich aber nicht. Also, ich finde, es ist kein richtiger Sport. Messi oder Ronaldo? Ganz klar Ronaldo. Neuer oder Ter Stegen? Ganz klar Ter Stegen. Playstation 4, Xbox One oder PC? PS4. Weltmeisterschaft oder Champions-League-Sieg? Weltmeister, Champions-League-Kultmann nach. Bankwärmer in der ersten Bundesliga oder Stammspieler in Liga 2? Ich glaube, zweite Liga-Stammspieler, dann einfach hochkämpfen in die erste. Netflix oder YouTube? YouTube. Nike oder Adidas? Nike. FIFA oder PES? FIFA. Hast du Tipps an andere Jugendspieler? Ja, immer an sich glauben und irgendwann dann schafft man es. Hast du Abschlussworte? Geht auf jeden Fall nichts wert, Akapa. Nein, Spaß. Nein, bleibt am Ball. Bleibt gesund und ich hoffe, dass wir uns bald wieder auf dem Platz sehen. Danke fürs Mitmachen. Hat mir auch Spaß gemacht. Ciao.